Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir freuen uns, Sie zur SATA Insight, unserer virtuellen SATA Mechanica, begrüßen zu dürfen. Es ist schön, dass Sie eingeschaltet haben und unser neues Online-Format kennenlernen möchten. Wir haben die SATA Insight ins Leben gerufen, um Ihnen auch in dieser besonderen Zeit Einblicke in die SATA-Welt geben zu können. Den Gedanken, Ihnen die SATA online näher vorzustellen, hatten wir tatsächlich bereits nach der Eröffnung unseres neuen Showrooms, der SATA Tech Fair, im Dezember 2019. Durch das Auftreten des Coronavirus hat sich unser Alltag und das Geschäftsleben innerhalb kürzester Zeit massiv verändert. Geschäftsreisen waren aufgrund des Lockdowns in vielen Ländern lange Zeit gar nicht möglich. Eine Messe nach der anderen wurde abgesagt oder auf einen späteren Termin verschoben. All dies geschah natürlich mit dem Ziel, eine weitere Ausbreitung der Pandemie aufgrund großer Menschenansammlungen zu verhindern. Aus diesem Grund können wir uns in diesem Jahr leider nicht persönlich in Frankfurt treffen. Die Möglichkeit, mit Ihnen, unseren Kunden, Partnern und Freunden persönlich in Kontakt zu treten, sind nach wie vor sehr eingeschränkt. Auch wir mussten uns aufgrund der Krisensituation beim Vertrieb anpassen und neue Wege und Mittel zur Kontaktaufnahme und Kommunikation mit unseren Kunden finden. Wir freuen uns, dass es viele technische Möglichkeiten gibt, um dennoch in Verbindung zu bleiben und es uns hierdurch auch möglich ist, Ihnen heute die SATA Insight vorzustellen. Dieses neue Online-Format soll gewissermaßen den Besuch auf unserem Messestand ersetzen und bietet Ihnen neben der Möglichkeit, unsere Produkte online zu entdecken und mehr darüber zu erfahren, auch weitere spannende Inhalte. Vom 8. bis 11. September erwartet Sie nun unser 3D-Showroom sowie SATA-Produktvorstellungen, Tipps und Tricks unserer Anwendungstechniker zu SATA-Produkten und interessante Reportagen und Experten-Talkrunden. Jeden Tag werden wir bestimmte Themen behandeln und darüber vertieft sprechen und berichten. Unser Exportleiter Jörg Göttling startet heute mit der Vorstellung unseres Schwerpunktthemas Lackierpistolen. Unsere Experten diskutieren über Fachkräfte und Nachwuchsmangel in der Lackierbranche. Der Helmdesigner Jens Munzer zeigt Ihnen den Weg zum individuellen Helmdesign und unsere Anwendungstechniker geben Ihnen Tipps und Tricks zum Thema Fehler im Lackbild. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuschauen und sehen uns hoffentlich morgen wieder, wenn es heißt, herzlich willkommen bei der SATA Insight.